Hypothyreose, 3 Empfehlungen zur unterstützenden Behandlung Hypothyreose kann verbessert werden, wenn zusätzlich zur ärztlichen Behandlung auf eine entsprechende Ernährung geachtet wird. Auch verschiedene Tests sowie tägliche Bewegung können hilfreich sein. Hypothyreose ist eine komplexe Krankheit, deren Behandlung Anstrengung und Ausdauer erfordert. Gewichtsveränderungen und Müdigkeit gehören zu den häufigsten Symptomen. Zusätzlich zu einer ärztlichen Behandlung, sollten weitere Maßnahmen getroffen werden, um diese Krankheit zu überwinden. In diesem Beitrag erfährst du mehr darüber. Mit Hypothyreose leben Viele Personen leiden an Hypothyreose. Diese Krankheit wird durch Veränderungen in der Schilddrüse verursacht, wobei plötzlich nicht mehr die richtige Menge an Schilddrüsenhormonen erzeugt wird. Es kommt zu einem Hormonmangel, was verschiedene Auswirkungen auf den Körper hat, Haarausfall, Gewichtszunahme oder Müdigkeit können die Folgen sein. Auch Schlafstörungen, kleine Hautveränderungen, trockene Haut, Stimmungsschwankungen, vermehrte Traurigkeit oder Apathie, können durch Hypothyreose verursacht werden. Meist fehlt die Motivation, um sich den Dingen zu stellen. Dazu kommen körperliches Unwohlsein, ein geblätter Körper, Gewichtszunahme sowie Sorgen um die Krankheit. Der Arzt wird diese Symptome untersuchen und auch eine Blutanalyse vornehmen, um die Krankheit zu diagnostizieren. Das meist verschriebene Medikament ist in diesem Fall ist Levothyroxin. Manche Personen können geheilt werden, andere kämpfen das ganze Leben gegen diese Erkrankung. Zusätzlich zur ärztlichen Behandlung empfiehlt es sich, weitere Maßnahmen zu treffen und gegebenenfalls Lebens- und Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Nachfolgend findest du verschiedene Tipps. Empfehlungen zur unterstützenden Behandlung von Hypothyreose Adäquate Ernährung Zu den empfohlenen Nahrungsmitteln bei einer Schilddrüsenunterfunktion zählen jene, die Jod enthalten. Jod ist zur Bildung von Cyroxin notwendig, so kann ein Defizit ausgeglichen werden. Welche Nahrungsmittel sind hilfreich? Meeresfrüchte, Eier, Fisch, Jodsalz, nicht im Übermaß, sowie Kälbhagen sind ratsam. Trotzdem sollte nicht damit übertrieben werden. Nahrungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren sind auch vorteilhaft, Thunfisch, Makrele, Blauerfisch, Leinsamen, Nüsse. Nicht darauf vergessen! B-Vitamine, insbesondere grües Blattgemüse sowie Bierhefe können hilfreich sein, um den Cyroxin-Spiegel zu normalisieren. Spinat, Blumenkohl, Weizenkeime und Milchprodukte sind ebenfalls empfehlenswert. Empfohlenes Obst Verschiedene Obstsorten können helfen, den Schilddrüsenhormonhaushalt zu regulieren. Zitronen- und Orangensaft bewirken beispielsweise, dass das Cyroxin besser verteilt wird. Die gesundheitsfördernde Avocado liefert wertvolle B-Vitamine. Am Morgen wird Gräbfrutsaft empfohlen. Heilpflanzen gegen Hypothyreose Ingwer, wenn du Ingwer liebst, kann dieser eine große Hilfe sein. Damit wird die Durchblutung sowie die Schilddrüsenfunktion verbessert. Es handelt sich um eine stimulierende Pflanze, die bei verschiedenen Beschwerden zur Anwendung kommt. Im Allgemeinen sind alle bitteren Pflanzen empfehlenswert. Johanneskraut Johanneskraut wird verwendet, um die Nebenwirkungen der Schilddrüsenunterfunktion zu behandeln. Es hilft gegen Müdigkeit, wirkt aufheiternd und ist perfekt, für einen guten Start in den Tag. Du solltest die Einnahme mit deinem Arzt besprechen, da Johanneskraut in Kombination mit Arzneimitteln verschiedene Wirkungen haben kann. Passionsblume Auch diese Halbpflanze ist bei Hypothyreose sehr hilfreich. Sie verbessert den Gemütszustand und hilft gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Apathie. Du kannst täglich zwei Tassen Passionsblumentee trinken. Kein Tee Dieser scharfe Tee aktiviert den Organismus, fördert die Durchblutung und hilft gegen Kältegefühle, die bei Hypothyreose häufig auftreten. Eine kleine Prise kein Pfeffer in einem heißen Glas Wasser ist ausreichend. Den Tee langsam trinken. Psychologische Strategien Hypothyreose ist eine Krankheit, die Zeit benötigt und Anstrengungen erfordert. Viele schaffen es, die Krankheit zu überwinden und die Lebensqualität zu verbessern. Andere leiden trotz Arzneimittel oft sehr lange an den Folgen und sehen sich nicht in der Lage, abzunehmen. Auf keinen Fall solltest du die Hoffnung aufgeben, denn mit Ausdauer und guter Pflege kannst auch du deine Lebensualität zurückerlangen. Dabei sind regelmäßige Arztbesuche notwendig, manchmal ist auch ein chirurgischer Eingriff erforderlich, der sich jedoch lohnen kann. Mit einem starken Willen, Konstanz und Hoffnung ist es einfacher, die Krankheit zu überwinden. Die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten ist von großer Wichtigkeit, du musst auf Süßes, raffinierte Mehle, Fastfood und so weiter verzichten und auf Gemüse und andere Alternativen ausweichen. Auch ausreichend Wasser und Bewegung sind notwendig. Schwimmen ist beispielsweise eine sehr empfehlenswerte Sportart, auch der tägliche 30-minütige Spaziergang, Tanzen oder Aerobik sind bestens geeignet. Wenn du am Morgen aufstehst, denk daran, dass sich alle Bemühungen lohnen werden und du dich bald viel besser fühlen wirst. An manchen Tagen wirst du dich müde und erschöpft fühlen, dann betrachte dich im Spiegel und überzeuge dich selbst davon, dass du deine Hypothyreose besiegen kannst und dein Normalgewicht wieder erreichen wirst. Dann wirst du dich besser fühlen und die Anstrengungen werden sich lohnen. Du hast es dir verdient. Untertitelung des ZDF für funk, 2017